Guten Tag Freunde! Ich kann gerade nicht so straight in die Kamera gucken, weil wir gerade auf dem Weg nach San Diego sind. Wir haben heute Morgen im Hotel ausgecheckt. Roman winkt wieder. Und wie gesagt, wir fahren jetzt zur Villa. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da! Musik Okay, das Essen sah jetzt nicht so lecker aus, deswegen haben wir uns jetzt entschieden in den Magis zu gehen, der einfach nur direkt daneben ist. Aber irgendwie laut Haik und Roman ist das Essen in Magis auch nicht so der Hammer in den USA. Deswegen müssen wir jetzt auch mal irgendwie, Hauptsache gucken, dass wir irgendwas zu essen bekommen. Und das tun wir jetzt, glaube ich, hier in Magis. Hier gibt es einfach Pfand aus Strawberry und Dr. Pepper bei Magis. Wie geil ist das denn? Yeah, und vorne ist Marc und wartet auf seine Bestellung. Das Essen war jetzt nicht so der Hammer, aber jetzt haben wir wenigstens irgendwas im Magen. Marc und ich sitzen hier. Roman ist da vorne. Und Sven und Heiko sind irgendwie verschollen. Keine Ahnung, wo die sind. Deswegen warten wir jetzt auf sie. Ich hoffe, sie kommen bald! Jetzt sind wir noch kurz in einem Donut oder Süßigkeitenladen. Und ich habe einfach mal für ein Muffin zwei irgendwie so Eclairs und ein Donut und ein Mountain Dew umgerechnet nur 6 Euro bezahlt. Das ist mega günstig hier. Hier gibt es auch richtig viele Sachen. Ja, dann geht es jetzt weiter nach San Diego. Ich glaube, wir machen keinen Stopp mehr. Unser Mountain Dew. Unser anderes Zeug hier. Marc und ein Shake. Und dann sind wir uns dort. Ja, Freunde! Wir sind angekommen in Lachola. Alles gut gegangen und stehen direkt vor unserer Villa. Hier ist das Meer. Das ist einfach der Wahnsinnsausblick. Und hier ist der Eingang zu unserem Gebleibe. Wir laufen erstmal hier durch so einen crazy Garten. Schwöre! Und jetzt laufen wir mal zu einem kleinen Ding, das mir besonders gut gefällt. Und zwar gebt euch einfach mal das Ding. Ist das nicht einfach mega awesome? Da oben seht ihr auch schon das Haus. Wir laufen ganz kurz rein. Und es gibt noch eine komplette Villa-Tour, also richtig mega ausführlich, auf dem Kanal von Heiko und Roman, die Lochis. Und das könnt ihr euch dann da angucken. Jetzt mal mal gucken, wie das aufgeht. Ja! So! Dann laufen wir mal kurz in mein Zimmer rein. Oder in das Zimmer von Marc und mir. Ich bin alleine, weil ich schnaße. Marc bringt jetzt gerade noch sein Zeug rein. Ich würde sagen, wir lassen uns gar nicht so lange aufhalten. Sven hat schon seine Bar-Dose an. Und das heißt, Freunde, wir gehen gleich in den Pool. Ficken. Badehosen haben wir jetzt an. Roman und Sven sind schon im Pool. Und da gehen wir jetzt auch gleich rein, Freunde. Das war jetzt! Ey, bitte, Chris. Lass jetzt erst den Roman zugucken. Du weinst da! So, Freunde! Feuertrauf ist angesagt. Es geht jetzt da runter. Assi Creepy! Wenn ich sterbe, ich habe euch alle geliebt, Freunde! Wir haben jetzt auch weiter ein bisschen Spaß im Pool. Und dann sieht man sich. Wuh! 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 liben! Wuh! Wuh! Wir haben jetzt das nächste Mal gefehlt. Wir haben die ganze Zeit hier im Pool. Wuh! Wir gehen jetzt hier mal. Wir gehen jetzt mal. En um! Untertitelung des ZDF, 2020